moin 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 leute ein herzliches vom herzen kommendes moin moin zu diesem geilen video und euer geliebten uhr ihr könnt gerne noch mal ein abo da lassen wir sind so knapp so knapp so knapp vor dem 50.000 wenn ich das video gerade aufnehme in diesem moment ja ich werde auch gleich hochladen sind wir kurz vor den 50.000 es fehlen nur noch auf monitor noch mal sehen noch vier abonnenten vier abonnenten für die 50.000 50.000 oder 50k oder wie es auch mal nennen wir jetzt ja es kommen wir erst mal zum video thema ich habe schon fast eine minute eine minute vertan bevor ich überhaupt zum thema video gekommen bin naja ist ja nicht so schlimm ich habe neuer amiibo ein pokémon amiibo ich habe pichu pichu ich hoffe ich spreche es richtig aus finde ich richtig gut gemacht ich kann es immer nur wiederholen bei amiibos haben sie irgendwas richtig gemacht die haben das so geil gemacht dass ich schon so viele davon habe ich dann irgendwann mal alle im letzten video habe ich mir schon für september schon wieder welche vorgestellt da habe ich mir schon mal gesagt richtig 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 geil dieser amiibo Ich finde Amiibos einfach nur Hammer, ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Amiibo findet, ob ihr die auspackt oder wie ich die nicht auspackt, die sammelt oder ob ihr die auch schon im Spiel benutzt oder was ihr damit macht. Das ist irgendeine Figur, die für Schmerzsprasser Edition ist, aber ich finde die haben die richtig gut hingekriegt. Ihr könnt mir gerne in den Kommentar schreiben, ob ihr Amiibos habt oder die sammelt oder so, ob ihr diese hier gut findet oder welche eure Lieblings-Amiibo-Figur ist. Würde mich mal interessieren, welche ist eure Lieblings-Amiibo-Figur? Das wäre mich mal interessieren und es heißt nur noch, Schau ihr Leute, haut rein, das war wieder ein Video von eurer geliebten Uhr. Und ich bin raus, bis zum nächsten Video, eure Uhr.